Nein, Dogmeat! Oh, jetzt nicht runterfallen. Ah! 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 Aldemar HD. Toll. Wir müssten es eigentlich ja durch diesen, äh... Oh, das wird ein Problem werden. Ich will es mal so. Ha! Kein Problem. It is a nice problem, äh. La, das wollen wir so nicht machen, natürlich. Das ist ja doof. Sondern wir machen hier einen Schalter hin. Bam. So. So. Tadellos. Das hat funktioniert. Dann brauchen wir jetzt eine Verbindung an die... Dieses Schätzchen hier. Boom! Und die stattert wieder Strom. Ich muss mal pennen gehen. Ist einfach... Ist einfach alles viel zu... Guck mal, das schwebt noch, aber das müsste sich angleichen. Das sehen wir dann. Können wir immer noch ändern. Wir gehen jetzt erst mal pennen. Ich brauche ein Bett. Nein, nicht das. Bäh. Das. Dicke Matratze. So, dauert nicht lange. Dann haben wir wieder Tag. Guten Tag. Nein. Nein. Doch, neun. Neun ist gut. Regnet es noch? Wow. Ist aber... Wir haben jetzt abends? Ich wollte doch, dass es Tag wird. Okay. Dann machen wir zwölf Stunden. Das Tolle ist, dass Spring trägt. Ohne dass viel Ruckelei passiert. Das ist so schnell. Ah, ausgeruht. Ah. Ein neuer Morgen in Stadt Walter Town. Sehr gut. So, jetzt haben wir das. Was fehlt? Nahrung. Ist immer noch dran. Eigentlich. Äh, Spaß fehlt. So, ist noch keiner hier natürlich, der das bewirtschaften kann, ne? Oh mein Gott, was ist denn das denn für Tomacos? Tartus. Ich höre auf zu jammern, wenn es nichts mehr zu jammern gibt. Ach, die sind grün. Die sind doch nicht reif, ne? Warum sind die grün? Bitte ich. Ich muss jetzt allein sein. Bitte ich muss allein sein. Find owner. Find, äh. Ja, egal. Ach, na Preston. Gute Arbeit mit diesen Verteidigungsanlagen. Ich hab sonst erstmal nichts. Ja, Sturgis. Entschuldigung. Ja, ja, Preston hat schon mit mir geredet. Gut. So, wie zieht's hier aus? Alles gut? Ja, wird nicht weitergebaut, aber... Wollen wir mehr Siedler? Und da muss ich gucken, dass wir so ein Bespaßungscenter bauen. Ich könnte's ja schon mal hier hinsetzen. Sonst baue ich selbst was. Könnte aber einfach was hier hinten dran setzen. Aber es will auch nicht snappen, ne? Snap doch! Oh, hier hinten wäre auch nicht schlecht. Ne, das ist zu weit gedingst. Sehr gut. Gut. Müssen wir hier noch so einen Weg durchmachen, ne? Damit man das sieht. Ich brauch irgendwie so einen Pfad oder so. Guck mal, hier ist sogar eingestürzt. Wird aber direkt bebaut, ne? Da stehen die halt direkt drauf. Okay, alles klar. Gut. Dann wollen wir mal weiterquesten. Ich könnte auch natürlich irgendwas zur Bespaßung selber hier hinsetzen. Achso, was heißt weiterquesten? Ich muss mal mein Inventar noch, äh... deren... Impro-Pistole... Das Impro-Gewehr... Okay, da kommt bei ehemaligen Dingens. Entschuldigung! Ah! Concord-Lager, bla bla bla. Ähm... Waffenfabrik. Sehr clever! Okay, was ich brauche ist... Ein Verschluss. Und zwar... Einer, der schnell schießt. Aber das hab ich nicht... Gehärteter Verschluss. Können wir knicken? Lasermuskete. Schlagstock. Nein, 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 nein. Was hab ich denn hier noch an Waffen? Impro-Automatik-Pistole. Das ist die gleiche Munition. Was ist denn mit dem Gewehr, was ich eben hatte? Guck mal, wir haben ein Laser-Gewehr. Doppelläufige Schrupfte muss ich auch wieder mitnehmen. Okay. Granaten. Molotow-Cocktail nehmen wir mal mit. Molotow-Cocktail! Und die Minen nehmen wir auch mit. Die sind immer wichtig. Wunderbar! Alles klar? Okay, gut. Dann gehen wir jetzt zurück, äh... Wo wir aufgehört hatten zuletzt. Und zwar nach... Cambridge College Square. Ja, da ist nämlich alles voller Loot, was ich noch alles holen muss. Und dann, äh... Können wir weitergehen Richtung Diamond City. Und von Diamond City gehen wir zu Com-Up-Zone. Und von da aus können wir weitermahnen. Wir müssen auch noch Red Rocket bebauen. Aber ich will halt erstmal, dass Sanctuary läuft. Gut, klar, äh... Dauert ja alles immer lange. Mein Gott, mein Herz. Dauert ja immer alles lang, äh... Lange, bis es gebaut ist. Ich könnte da schon mal eine Radarschüssel hinbauen. Und ein paar, äh... Plots eigentlich. Ja. Eigentlich ist das eine gute Idee. Ja, doch, mit Zug! Feiner Hund! Ich komme schon. Oh, guck mal hier. Du hast einen Hundenapf gesehen. Oh, guck mal hier. Wow. Soll ich beinahe schossen werden? Oh, ich glaube, die Bruderschaft schießt wieder. Nee, irgendwas schießt. Ah, scheiße! Oh! Schnell weg hier, das Auto! So, wer hat hier geschossen? Ach, hier ist der Hund. Äh, der Hundetyp war hier eigentlich immer. Wer hat denn hier geschossen? Was war doch hier? Oh mein Gott, ich glaube, in diesem Teil war ich noch nie. Hallo? Ist das eine Kirche? War ich da schon mal drin? Das war ein Lasergewehr. Wer schießt hier in meiner Stadt? Das ist mein Gebiet. Ich muss den College Square jetzt mal leer räumen. Mann, mein Gott. Hier gibt es viel zu viele Wohnungen und Häuser und alles. Meine Gott. Meine Gott. Ich glaube, hier war ich noch nie. Ich renne mal einfach durch Dingens durch, ohne irgendwie großartig mich umzusehen. Eine Pfeffermühle, die ist schön. Da, die nehmen wir mit. Meine. Wir brauchen wieder neues Zeug. Wir haben ja gut verbraucht. Sims Settlements ist da. Guck mal, der hat geschossen. Ich begrüße alle intelligenten und informierten Kunden. Nehmen Sie einen Prospekt. What's Flyer, das ist... What's Electronics, ja, das ist alles voller Roboter. Also, nicht alle feindsinnig, aber... Diese Tablets, ey. Haben wir denn hier? Ah, Essen soll... Wuuuuh! Gefällt mir. Oh, da, 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 da. Wuuuuh! Oh. Das war eine Kronkorken-Mine. Das war... Ach, fieser Trick. Das hatte ich auch noch nicht. So ein Haufen Kronkorken-Dinger. Äh, ich meine, äh... Dingens. Wie heißen sie nochmal? Lunge-Boxen und dann ist dazwischen eine Mine. Kronkorken-Minen. Die besten überhaupt. Davon will ich auch nochmal ein paar bauen. Müssen jetzt hinten nochmal diese Waffen holen. Die Rüstungen und so, die ich abgelegt habe. Können auch hier in die U-Bahn gehen, aber das wäre jetzt... Das würde jetzt zu lange dauern. Ja, hier waren wir schon, genau. Dann sind wir da runtergesprungen. Dann waren wir hier in dem Haus. Das mit dem Ausrüstungen... Ah, hier. Plünder-Harnisch. Den will ich anziehen. Eine schöne, bunte Raider-Klamotte anhaben. Oh Gott. Na ja, jetzt sehe ich auch eher aus wie so ein Blue-Oyster-Club-Besucher. So, liegen bleiben. Das gibt's doch nicht. Bestimmt schon mal getötet. Die Klamotten brauche ich schon gar nicht mehr aufheben von den Raider. Davon habe ich jetzt einiges. Es ist ja nichts irgendwas Neues. So, wie komme ich jetzt da hoch? Wie komme ich jetzt da hoch? Hier durch das Haus, ne? Dogmeat. Guck mal hier. Hä? War ich nicht eben hier und Dogmeat hat mir irgendwas gezeigt? Habe ich das alles nicht aufgehoben? Man erkennt auch nichts in den Regalen, ne? Was ist auf dem Ohne? Das ist ein paar Net... Oh. Scheiße. Mist. Entschuldigung. Wollte ich gar nicht. Das war blöd. Das Planonet. Los, Dogmeat. Wer da liegt auf dem Dingens... Der war eine große grüne Kiste. Ich weiß. Ich hab's gesehen. Double Tap. Man weiß ja nie. Gold Uhr. Plasmamine. Das ist gut. Plasmamine. Das lohnt sich. Eine wunderbare Plasmamine. Ich vertraue euch nicht. Kleinen Skelettingen. Ich finde diesen Overall... Er ist ganz lustig, aber auch ein Gestaltpanne. Totenkopf. Na gut, es geht. Eigentlich eine gute Idee. Nein, Dogmeat. Oh, jetzt nicht runterfallen. Ah! Ah! Nichts passiert. Diesen Schreiter, den ihr gerade gehört habt. Das war... Das war Dogmeat. Dogmeat. Erschreckt mich doch nicht so. Kotzwurf. Aufgepasst. Aufgepasst. Äh, da sind lose Bretter. Hm. Der mutige Ma. Ja. Wui. Dogmeat. Wolltest du rüber, ne? Ging nicht. Ging, ging nicht. Wo war das denn jetzt? War das Cotswörf? Ne. Das war nicht Cotswörf. Hallo? Was soll der Lärm? Oh, guck mal hier. Smiley-Maske. Naja, Smiley würde ich das nicht nennen. Okay, das haben wir. Alles klar. Dann mal Richtung Diamond City. Ich will jetzt hier nicht zu jedem Gebäude. Vertraue dem nicht. Golduhr. Das ist mal eine doppelläufige Schrotflinte. Habe ich die nicht auf einer Taste? Schläger. Äh, auf. Eins, zwei, drei. Oh yeah. Ich liebe sie. Die wunderbare, doppelläufige Wunderkerze. Der Zauberstab. Ich muss ihn Zauberstab nennen. Ja? Das ist die Idee. Das ist mein Zauberstab. Na, where ist das? Normalerweise passiert immer irgendwas. Aha. Na toll. Alles getroffen. Aber uns wieder gar nichts. Oh Gott, ist das ekelhaft. Danke. Danke. Cotswörf. Du bist aber auch eigentlich voll die geile Kreissäge. Du hast es gefunden. Ja. Matsche. Ich mag Matsche. Junkie. Dankeschön, Junkie. Was ist denn da feines an? Okay. Okay. Fury Outfit. Was auch immer. Road Fury Outfit. Ah, das... Dieses Alley. Äh, Ausrüstungsding. Ich überlege, ob wir das wegmachen. Ich lasse aber erstmal nochmal drauf. Gucken. Guck mal hier. Cambridge College Steiner. Gehen wir jetzt nicht rein. Da ist das Institut. Da wollen wir jetzt auch noch nicht hin. Gucken wir sowieso so nicht rein. Da ist der Fretnal Post. Fretnal. Oh, Ice Cream. Oh, ich mag Eis. Wer mag kein Eis? Jeder mag Eis. Tollen Stift. Mich auch nicht besser, als sieht der Scavenger am Ödland. Oh, ich bringe mit einen Bleistift. Wow, das war ein cooler Fiff. Folgen. Oh nein, die Brücke. Ne? Da ist immer Terror rüber zu gehen eigentlich. Wo ist die Musik? Oh, langweilig. Ich will doch nur Siedlungen bauen. Oh yeah. 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 Oh yeah. So, hier ist ein Raider. Ich überlege, ob wir die wegmachen sollen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Mann, ich brauche unbedingt ein Fernglas. Ich meine einen. Puh! Habt ihr den Schuss gesehen? Ah, toll. Angriff! Angriff! Oh, mein, diese Musik. Ich würde sie so gerne hören, ne? Ist doch eigentlich noch einer mit einer Powerrüstung. Alakazam! Tar-Walker. Das sind halt immer verschiedene Raidergruppen, richtig? Und so, man hat... Oh, das war gut. Mist, hab ich nicht gelesen. Das war irgendwas wegen... Ne? Ich will die Musik hören. Nicht so gut. Oh, 556. Standard-NATO-Munition. Spätestens bei PlayerUnknown habt ihr alle gelernt, was das für Munitionsarten sind. Äh, ne, eigentlich Bottle-Captain-Mine und Fragment-Kranate behalten wir. Molotow-Cocktails, komm mal weg. Die sind immer so, mh, aah, aah! Sturmgewehr, ne, Sturmgewehr, äh, klobiges... Hallo? Da ist er. Stock-Meat. Warte doch noch! Oh, halt! Es tut mir leid, Hundilein. Oh, scheiße. Wow! Oh je, das wird jetzt schwer. Kotz-Wurf! Mist. Dogwit schwimmt. Ihr seid alle nicht zu gebrauchen. Oh, scheiße! Doch ne Mime, ne? Oh, das wär die Idee. Ich bin hier! Ich bin ganz alleine! Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll! Oh, großer, schrecklicher Raider! Kommt ihr nicht hin, ne? Kommt ihr nicht hin, ne? So, geil, der Revolver. Auch richtig gut. Hm. Wir brauchen unbedingt Heilung, sonst haben wir ein Problem. Das gibt's doch nicht. Das ist doch ne scheiß Position hier. Okay, wie krieg ich den weg? Oh Gott! Oh, wir haben ein bisschen Schaden gemacht. Angriff Dogmeat. Sehr gut. Dogmeat, zieh die Aggro! Nein, Dogmeat! Oh, scheiße! Scheiße! Er hat ja recht. Mit anständig zielen und so. Oh, Mann. Hab ich die Molotow-Cocktails weggetan, ne? Bläh! Blood-Fry, das wollte ich eigentlich nicht. Ich nehm ein Jet. Ich glaub, das ist die Idee. Oh, ne. Ah, mein Kopf! Ne, da komm ich nicht weit. Ich komm mit dem allen nicht weit. Okay. Nudelschale ist super. Okay. Ich brauch irgend... Ich hab von nichts mehr Munition. Ah, sieh meine an. Ich seh nichts mehr. Ich seh nichts mehr. Ich hab nur noch Stimpaks. Ich wusste nicht. Das geht ganz gut. Eventuell. Oh, Mann, ey. Ein Power-Armor ist doch so schwer zu knacken wie ein Power-Armor. Juhu! Wir haben ein Power-Armor gekillt. Wir sind die Helden. Weg, du Nachmacherhund. Ich hab ein Geschenk für dich, Dogmeat. Ein rotes Halstuch. Boah, der ist aber weit geflogen. Alter, zieht euch mal die Power-Armor rein. Das sieht doch mal aus wie eine Raider-Power-Armor. Helmet! Meins! Dogmeat, warte. Ich hab was für dich. Oh, scheiß, ich bin überladen. Oh, warte, Dogmeat. Warte. Doggy mine. Doggy meat. Komm her. Handeln. Da liegt ein Bein oder so. B. So, erstmal alles rein da. Okay, Dogmeat. Ich habe hier folgendes. Und zwar... Oh, das tun wir auch mal bei dir rein. Das geht... Okay, dann nicht mehr. Welche wegen dem Typen hier? Der... Da! B. B. Eklavt. Okay, Leute. Ja. Wir machen jetzt hier die Kiste auf. Und dann... Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei Fallout 4. Und bis dahin. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.